Gibt es dafür wieder ein paar Sonnenstrahlen und wärmere Temperaturen von fast 12 Grad, bevor es dann... Im Moment messen wir in Luzern gut 4 Grad. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3. 4. Amateure bei diesem verdreffenden Dreifach. Willst du noch mehr Praktikanten anstellen in eurem verdreffenden Hobbyverein? Sorry, Dave. Tut mir wirklich leid. Ja, Mann. Köppi. Und wegen Dreifach. Eine einfache Aufgabe, Herr, das war. Musik! Beide Blaser Venture Venture 很多 Vielen Dank.